Willkommen meine Kleinen und meine Großen wieder auf meinem YouTube-Kanal. Das lernen wir heute auf der deutschen Sprache. Der Spielplatz, il Parco Giochi, auf dem Spielplatz, an Parco Giochi. Ich, die Schauke, ich, die Schauke, die Reifenschauke, die, die Reifenschauke, die, die Seilbahn, die Seilbahn. Der Kletterturm, der Kletterturm, die Rutsche, die Rutsche, das Stehkarusel, das Trampolin, das Trampolin, der Sandkasten, der Sandkasten, der Spielturm, der Spielturm. Prima di andare avanti, vi ricordo, se vi fa piacere, non potete perdere i prossimi video della vostra Tata Deutsch, iscrivetevi qui sul mio canale. Die Tischtennisplatte, die Tischtennisplatte, der Schläger, der Schläger, das Springseid, das Springseid, der Hüfenkasten, der Hüfenkasten, das Versteckspiel, das Versteckspiel. Der Fußball, der Fußball. E come si dice in lingua tedesca? Posso giocare anch'io? Darf ich mitspielen? Dürfen wir mitspielen? Posso giocare anch'io con voi? Possiamo giocare con voi? Darf ich tischtennis mitspielen? Ora ci exercitiamo insieme. Hm, was ist das? Eins, zwei, drei. Richtig, die Schaukel. Und das? Die Tischtennisplatte. Und wie heißt das? Richtig, die Seilwand. Bravissimi! Io vi aspetto qui sul mio canale YouTube per i prossimi video. Anche sul mio profilo Instagram per esercitarci insieme non solo. Trovate tanti consigli, curiosità sulla mia pagina Facebook. Wir lernen euch zusammen mit Spaß. Gruß vom Herzen. Haurita, der Deutschprosel.